Es wird ruhige Seen geben, wilde Wasserfälle. Also, tschau. Pfützen, Tümpel und andere Gewässer des Lebens. Neue Scheiterlin, wir werden auch nicht am Playstation. Ich verstehe nicht, warum das so schwierig ist. Eine schöne Trauung. Irgendetwas stellt noch da. Rahel? Irgendetwas ist noch da. Irgendwie ist es immer noch, immer noch so. Ist das nicht von Göhle? Nein, das ist von mir. Ich bin Ben Hofer. Nummer eins in die 13 Wochen der Top Ten. Echt? Was denn jetzt genau? Weil wir doch heiraten wollen. Möchtest du unsere Standesbeamten sein? Bisse Wurde. Wir wollen die Priorität setzen und delegieren. Ich will einfach nicht, dass er sich in irgendwas reinsteigert, bloß weil er Angst hat zu heiraten. Nein, das würde er nicht tun. Wir überwinden die Krise wie zwei erwachsene Leute. Ah! Ben, ich habe Familie. Ich habe Verantwortung. Schöne Familie. Entschuldigung. Mein Fellow. Wenn ich sie sehe, würde ich am liebsten alles abblasen. Und ich möchte einfach nur noch mit dir irgendwo hin. Oder weit weg oder ganz nahe. Einfach nur noch mit dir. I make you hot, I make you moon. And we will have five kids at home. I'm in love with you. I'm in love with you. Nein. Geht es dir eigentlich? I make you hot, I make you hot, I make you hot. Doch, Joey... Hopfen nicht mehr. Hupfen gehen wir. Ihr habt euch hier den der Messiah. Untertitelung des ZDF, 2020